Ne, der fährt die Hauptstraße, ne. Das bin ich verwirrt. Wir essen hier irgendwie, haben wir so einen Atelier oder irgendwas? Das ist so eine Dingskarre. Schütze hab ich rausgeballert. Oh, jetzt kommt ein Panzer. Der ist hier stehen geblieben. So mutig. Wobei, da war ein Passenger auf dem Panzer. Oh Gott. Da liegt ein LKW. Nein, nach Land. Das Ding ist leer. Hm. Ich hab ein bisschen Angst. Da krabbelt neben mir einer im Busch. Was bist denn du, Froschi? Pionier. Okay. Okay. Esel. Wo ist denn da hin? Die sitzen hier noch im MMS. Ah, direkt bei mir. Ja, wo sind die? Ein Kilo kommt. Shit. Froschi direkt vor dir. Ich hab ein Kilo, ja. Ja. Die bar Komm hier aus der stadt raus irgendwie hier direkt bei mir Ja die hat smoke geworfen vorsicht der liegt da im graben froschi Der kriegt eine granate Müsste gesessen haben Krabbelt noch Krabbelt noch? Ja Ich glaube da lebt immer noch Panzer kommt von hinten Und hinten Und vorne Und vorne Das bist du alter ich hätte ich fast erschossen Hab den jetzt hier Schön Postal bei 36 schmeiß mal eine ladung in Ich habe das rallye gefunden Die ladung liegt Okay rallye ist weg Bei 36 Bist doch verrückt Wenn ich irgendwie in alle richtungen drehen muss die ganze zeit Komm schon Mann Komm schon Mann Scheiß Alter vor mir sind mehrere rallies Ja ey Ich Ich Ey Die Die sind hier auf meiner Leiche in der Buschlinie Wir haben schon verloren Scheiß jetzt ist der Punkt weg Gerade hier die ganze Bande an Rallys weggemacht Super sinnlos alter Und der noch Der noch Der noch Der noch ein Panzer lang alter Ich Der klopp ey Da hinten chillt irgendwo eine scheiße Bar hinten noch rum Das ist denn der scheiße ey Das ist schon eine Bar auf der Radarstation Chaos alter Das ist reinste Chaos Ja das ist immer auf den englischen Servern Das ist immer nur Chaos Man kann nicht normal einfach nur rumgetrocken Wo jeder irgendwo Einfach seinen Bereich hat In der Verteilung Ich meine Die laufen wie die verfickten Hühner einfach nur hin und her Und hin und her Und hin und her Und hin und her Würde sie hängen nur auf dem Punkt rum und machen sonst gar nichts mehr Oh wait Oh Steward somewhere around 83 Oh Shit Die kommen aus Osten von der FOP Ja wir brauchen hier mehr Leute bei uns Wir mussten das Rallye auf die Nordwestseite setzen Scheiß auf den Osten Da ist doch die FOP Komm bitte in den Westen Da wo ich gesagt... Ich bin da halt gerade gespawnt Ja ich weiß Ja ich weiß Aber lauf dann bitte nach Westen Ich komm hier noch nicht mal weg Du kommst da gar nicht weg Die sind doch schon bei den Banschien da Ja kann es auch geben Dann Dann jetzt Gemeinsam bitte Scheiß auf den Hier ist noch eine Bar irgendwo Nordöstlicht Oh jetzt irgendwo das Rallye Du läufst zu weit Ja Na klar Ja Na klar Ja 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 Dr Flesun Du läufst der Mobility Wie würde das wenn wir tecken? Jo Danke Sp будем Wir brauchen dann erstmal nach da Jetztけ mich und dann von hinten in die 68 rein Eine Der das Was? Stop medic. Der was von Klaus. Überall sind... einfach... fickte Scheiße... Überall sind... Infanteristen... in jeden... ... in jeden... Ja, das ist ja immer... Was ist denn los? Die SP ist mit Klaus. Die Fett Altbahn... Okay, jetzt weg... ... alles nach. So, und jetzt... rein in die Punkte. Nahten einfach draufschmeißen. Warum? Da ist einer hinter uns. Halt mal drauf. Der Ohm ist capped. Da war einer. Ja, da war einer. Alter! Was ist da passiert? Behind the bunker. Inside the bunker, inside the bunker. We got him. Nice. Das war schön. Der Radar Station. Above. Jo, wir kämmen zurück. No Hanzen. Irgendwo von da... Keiner Push. Irgendwo von da... ... hat mich gerade ein Sniper abgeschossen. Oder angeschossen. Oh! Ja, ähm... ... Südosten noch irgendwo. Push, ne Bar, Vorsicht. Da sind's schon so viele irgendwie. Magazin da! Oh! Magazin da! Gleich runter. Südwesten kommt's wieder angelaufen. Südwesten. 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 Oh, da kommt's Raving Run. Pionier. Vorsicht, Froschi. Da sind's schon so viele irgendwie. Froschi, der haut dich gleich weg, der Run. Oh, je, je. Wenn der nicht schon gekommen ist. Keine Ahnung. Ja, ich seh'se. Da ist auch roter Rauch. Okay, von Osten ist gerade auch was reingedrückt. Ich glaub, der ist schon durch. Was? Bauer ist, Alter. Ähm... Moji, can you bring some advice to Radar, please? Oh, doch. Oh, holy... Aber westlich kommt's auch, ne? Nördlich vom Rallye waren auch grad mehrere. Super close. Ja, die umlaufen... Also, die kommen schon aus Westen, aber die kommen jetzt hier aus allen. Die umlaufen das halt. Wie heißt's? Oh, Alter. Ey, das ist so lächerlich. Ey, schon wieder... Fressen, Alter. Wenn's die Rallye ist alles voll, geht dann bloß ab. Ja, die sind da überall. Die sind auch nördlich. Was? Ist das scheiß Ding, der hat mir explodiert? Au! Pusht die da raus, Alter. Pusht die da raus. Verbinden. Jungerlei. Ja, wie ein Juni ist das ein. Danke dir. Dann war plötzlich Stille. Einer close hier an die Häuser, beim Infanterie Mark. Ja, da oben ist alles voll in den Häusern. Hier in den Häusern hast alles... Auf Attack Mark, sind die in den Häusern drin? In den Häusern oder was? Ich kann nicht... Ja, ja, ja. Ja, ne Ba, Alter. Drückt mich direkt im Headshot, schau, 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 schau. So gefeiert, dass ihr dich gerettet habt im Kassier von dir. Auf Seite. Ja. Hat's nicht gegeben. Geh mal kurz Süden hier abchecken. Ich hab wieder einen Panzer. Danke, danke. Eine Panzerkill-Runde ist das nicht. Wie war's? Ja, ist tot, ne? Ja, ja. Holy... Ja, südlich vom Rallye, da kommt's auch immer wieder rein. Boah, das Draving-Run erwischt mich, Alter. Ja, mich auch. Ja, totaler Krieg hier. Das ist eine kleine Situation. Punkt ist neutral. Ja. Alter. Mehrere Gegner vor Squad Lead. Südlich von Squad Lead. Leben. Und? Ist da ein Panzer auf dem Punkt, oder was ist das? Ja, steht mitten auf dem Punkt ein Panzer. Ah, scheiß. Das ist ein Panzer mitten auf dem Punkt. Oh, Ladung ist dran. Ja. You can cover. Kopie da was nach. Ja, ja, ja. MSP ungefähr. Oh Gott, Südwest. Unter 5 Minuten. Ach, shit. Aber ist egal. So. Der Moment der Wahrheit. Can't stop believing. Boah. Alter Froschi wieder rein. Too easy. Ja. Gute Arbeit. Immer schön schießen, ne? 208. Warum?